Musik Dies ist Radio IBS Liberty mit der Tageslosung für Donnerstag, den 5. März 2009. Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der das armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Jeremiah Kapitel 20 Vers 13 Jesus sprach, Zitat, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Lukas Evangelium Kapitel 6 Vers 20 Das war die Tageslosung für Donnerstag, den 5. März 2009. Sie hören die internationalen Dienste von Radio IBS Liberty in deutscher Sprache. Independent Broadcasting Service Liberty, England, United Kingdom. Musik 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 Musik